hallo meine lieben freunde und herzlich willkommen zurück auf micro server war kein deutsch ich weiß aber willkommen zurück auf diesen micro microsoften minecraft server so jemand hatte mir in den kommentaren geschrieben wie ich denn die farm baue und die wollen wir das das wollen wir jetzt mal ein bisschen gucken ob das wirklich funktioniert deswegen baue ich jetzt ich werde sowieso ausbauen deswegen baue ich jetzt hier einfach ein bisschen aus das mache ich mit euch ich sehe auch gerade das leckt nicht mehr so das geht sogar flüssig also halbwegs zumindest ja wie ich da aber ob er sehe ich bin voll okay okay dann muss ich kurz hoch ich brauche unbedingt die diese scheiß stufen weil da muss ich nicht mehr springen ist dann natürlich auch gut okay wurde hier war eingebaut man ich würde nichts hier geklaut die kann ich noch gut gebrauchen das essen das essen und ich hatte glaube ich noch genau eine kartoffel das machen wir mal so land sich die auch mal eben an so wenn ich das mal im 1 ich will jetzt ja auch nicht so ein riesen tor machen sondern nur halt so ein klein so ich will gucken ob das funktioniert weil ich muss den fuchs in den dings dran also habe ich noch eine ok wenn noch ein das weg dass man hier hin und machen wir noch mal zwei stück weg sicherer ist sicherer so das video kommt auch rechtzeitig online ich mache danach wahrscheinlich auch noch ein kleines für morgen so das mittlerweile recht gute videos und die kommen auch sehr gut an ich bin euch ziemlich ziemlich dankbar dass die videos bei euch gut ankommen äh bin ich echt dankbar so soll ich noch weiter raus ich brauche so dann brauche ich das ok dann brauche ich noch die süßbären auf jeden fall aber die habe ich hier habe ich hier ne ich habe redstone also die habe ich in meinem backpack drinnen genau er habe ich noch 22 ich werde wahrscheinlich mein stack Hello I mean I mean herekotz kalrasieren ja 52 werden wo lang düm 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 Ich wollte gerade sagen, wo ist mein Zuhause So Die Süßbein habe ich auch So Dann Jemand hat eine Kommentar geschrieben mit der Lore Also der gleiche Aber das weiß ich selber, das mit der Lore Das weiß ich So Wir brauchen natürlich noch Licht So Wie mache ich denn das am besten? Bruchstein Ich muss es hier irgendwie ein bisschen einbauen Auf jeden Fall hier drauf, genau Oder würde ich dann wieder Glas nutzen? Das muss ja sowieso erst mal wachsen Ich bin mal gespannt, ob das so funktioniert, so wie ich das vorstelle Oh nee, dann brauche ich wieder Sand Habe ich irgendwie noch Glas? Da ist Stein Habe ich kein Glas? 12 Ich glaube 12 wird aber nicht reichen Mist Bisschen Sand zumindest Ja Bisschen ist hier noch Okay, auf einen stehen bleiben Danke Oh nein, es wird Nacht Schnell in meine Hütte Nacht ist nie gut So Nehmen wir das raus Einfach mal Sand fertig Nehmen wir das noch raus Durch die Hälfte vom Sand Pack das mal in mir rein Dann kann ich schon mal ein bisschen Zumindest Kann ich auf jeden Fall mal Ne, du sollst Hallo Danke Ich bin dann hier ein Soundstück Oh nee, da würde ich nicht Okay Von mir ist Doch, ich muss den abbauen Das muss ich dann hier Hier Oh nein, da würde ich kein Glas Ja, ich weiß, ich probiere mehr Glas Aber nicht mehr viel Obwohl, ich kann da schon mal das Soundstück hinsetzen Dann kann Nein So Bin mal gespannt, ob das funktioniert Schmier, komm Hier können ja auch Zombies Das soll hier erstmal Deckend sein So Ich muss den da reinbekommen Oh nein Oh nein Oh nein Nein, er sollt er ja schon rein Du kommst mal hier hin So Denn Gehst du hier Ach nein Nein, du sollst schon da rein Nein Komm her Nein, du kommst jetzt her Ja Ich muss eigentlich nur Nein Komm, geh jetzt Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott, der ist drin Wo denn steht der da? Okay Wieso kann ich So 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 Jetzt ist der Fuchs da drin So So Hm Aber machen Tut er noch nichts Weiter Nein, nein Der kann da raus Nein Du kommst da nicht raus Komm Verschwinde Ha Muss ich ihn füttern? Ja Die hat er ja eh immer So So Macht er das jetzt? Also ich muss sagen Das ist Bad Walk Edition Wir sehen nächste Folge Ob er das gemacht hat Oder nicht Ich werde jetzt Dann erstmal Ein bisschen verschwinden Äh Lasst ein Like Dann Abo Dann Kommentar Dann Wenn ihr wollt Haut rein Ciao Ciao Und wenn ihr mir noch Helfen können Wie ich vielleicht Das besser machen kann Also das ist Bad Walk Edition Nur so zur Info Tschüssi